Die Silke Böllinger So, nehm nun den Trichter, gieße Wasser hinein. Das soll die erste Reinigung sein. Jetzt kommt das Netzen. Seit Alters her wurde das Papier vor dem Druck genetzt, damit es sich besser verarbeiten ließ. Auch die Drucker müssen vor, während und nach dem Drucken tüchtig netzen. Eine Gouchfire ohne Netzen ist undenkbar. Netzen ohne Gouchfire, das geht. Gott grüß die Kunst. Viel Spaß. Die Eva Eilring. Die Angelina Kiesgen. Mit und du ohne Haare waschen. Wie ohne. Nichts. Ich wollte das nicht hier. Ich habe das nicht. Ich kann das mal auf! Wuh! Ja, hallo! Hallo! Geh nach mir! Wuh! 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 Marie! 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 Drei! Eins! Zwei! Zwei! Ja! Hallo! Ja, die ist an! Die läuft! Ja, die ist an! Die läuft! Ich muss ja machen! Kannst du nicht! Trinkst kein Bier! Ach, scheiße! Trink kein Bier! Trink kein Bier! Ei! Hey! Hey! Hey, hey! Hier, weißt du dich nicht! Hey! Hau, dich mal zu, mach mal, nur zu! Jörg, du hast irgendwas Gedrücktes aus. Jörg! 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 Okay, mach schon selber. Keiner an beiden. Ja! Und Action! Eins! Zwei! Zwei! Vier! Fünf! Sehn! Jawohl!